hallo und herzlich willkommen bei spielerabend.tv wir haben ja euch in einem unserer letzten videos die sammelbox von crimson company vorgestellt und haben da euch auch schon angekündigt hey da gibt es auch eine koop variante und ihr kennt mich koop da muss man mal rein schnuppern deswegen haben wir uns dazu entschieden das auch noch mal euch vorzuspielen wir haben uns wir haben uns einstimmig mit einer stimme und einer enthaltung dafür entschieden gleich noch die koop variante zu drehen so läuft das nun mal ja genau und wir stürzen uns ins schlachten getümmel und ja es geht um burgen und wir wollen diese burgen natürlich erobern und hoffen dass die raubritter uns nicht zuvorkommen gut in dem verlinkten video wo wir quasi die sammelbox und da die grundspiel variante mit eins gegen eins zum beispiel für euch vorgestellt haben da seht ihr grob wie manche von den sachen funktionieren das ist jetzt hier im koop modus im kleinen titel anders hier ist es so wo man und ich spielen zusammen wir sind die guten und möchten unsere burgen möglichst selber erobern oder verteidigen je nachdem wie man es jetzt nimmt hat es ein grenzlande ganz genau und wir kämpfen gegen die raubritter so die raubritter sind natürlich doof die kämpfen nicht alle gern zusammen das heißt die werden sich nachher vielleicht auch ein kleines bisschen gegenseitig piesacken 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 im vergleich zu dem spiel eins gegen eins sind die phasen hier ein bisschen anders auch hier gibt es karten die eine ein gewisses einkommen geben auch hier gibt es mehr karten die eine art rekrutierung bieten aber rekrutierung direkt wird ja eigentlich gar nicht wirklich gemacht beziehungsweise es funktioniert ein bisschen anders das einsetzen gibt es nach wie vor und auch die wertung gibt es nach wie vor weil wir im effekt versuchen wollen die bogen zu erobern gut die münzen haben hier in diesem zusammenhang nachher einen anderen wert sage ich mal genau wir müssen uns unsere einheiten sozusagen nicht kaufen sondern wir rekrutieren sie einfach indem wir sie vom stapel ziehen und uns dann eine karte davon aussuchen das problem ist aber wir suchen uns eine karte für unsere seite aus aber wir ziehen drei karten und die anderen beiden karten waren dann hier drüben auf die raubritter seite das heißt wie der an der schon gesagt hat wir spielen gemeinsam gegen die raubritter aber jeder von uns spielt sowohl auf seiten also auf unserer seite aber wir legen gleichzeitig eben auch raubritter karten und genau das ist ein bisschen ja wieder an die schon gesagt hat diffizil oder kleiner unterschied die reihenfolge der dinge wir tun ist eigentlich ganz einfach nachdem roman fertig gemischt hat auch hier können wir wieder mindestens 30 karakter karten nehmen ihr könnt wieder alle erweiterungen reinmischen das haben wir jetzt in dem fall auch getan genau wir haben sowohl ragnarok trainer als auch die allerzeit und eben natürlich das basisspiel genau bei dem in der anleitung gibt es eine empfehlung welche karten man entweder anders spielen sollte oder aus dem spiel nehmen sollte das haben wir getan haben sie jetzt aus dem spiel mal genommen um die sache ein bisschen einfacher zu gestalten wir können sie auch einfach mal anders spielen dann ist halt nachbauen wie genau das geht genau aber wir wollen ja uns hauptsächlich auf das konzept stürzen beziehungsweise auf die auf die idee dieses koop spiels und ja so ein bisschen praktisch sehr schön sehr dann auch gleich dann zieht jeder von uns drei karten genau also drei karten von andy und drei karten für mich die behalten wir verdeckt wir dürfen uns auch nicht gegenseitig absprechen was wir haben oder nicht haben so aus diesen drei karten wählen wird jeder von uns eine aus dir dem anderen spieler gibt da muss man jetzt ein bisschen taktisch sein weil wenn man zwei richtig gute karten für sich selber hat macht sinn einer einfach rüber zu geben und hoffen dass der andere keine hatte oh wir haben es vergessen wir haben es vergessen richtig die münzen münzen auf boden sind zusätzliche stärke für die raubritter das heißt eine münze pro burg was wir jetzt von hause aus drauf machen das ist so in mittlerer schwierigkeitsgrad sagt man man kann das bis zu 99 so sehr verrückt glaube ich verrückt hinkriegen diese münzen kann man aber auch entfernen also diese stärke kann man entfernen indem man selbst einkommen generiert das heißt wenn wir jetzt mal wenn wir münzen kriegen würden dann nehmen wir die hier von diesem bogen weg jedes mal wenn die raubritter einkommen bekommen würden oder irgendwie was was klauen in der richtung dann würden sie münzen dazu bekommen aus dem vorrat also das ist so ein bisschen auch im spiel muss gucken dass die raubritter möglichst wenig münzen auf dem bogen liegen haben außer man möchte das ja auch an der burg sehr viel haben weil man vielleicht keine ahnung was denn an der so jetzt haben wir im prinzip die karte mit dem wir spielen von diesen drei karten jeweils suchen wir uns eine aus die wir für uns spielen wollen dabei ist zu beachten ein spieler das ist der roman er spielt er sitzt jetzt links bei uns wird dafür nur diese obere lane benutzen und die mittlere und ich ich darf nur die untere benutzen also und die mittlere genau das gilt diese regelung gilt so lange wie eben ja noch drei bogen verfügbar sind wenn dann irgendeine egal welche fallen sollte beziehungsweise entweder an die raubritter gefallen ist oder an uns gefallen ist dann ist natürlich egal wo man anlegt also dann dürfte ich auch unten anlegen also beziehungsweise von euch aus gesehen je nachdem ja welche doch von euch aus gesehen unten und an die dürfte dann eben auch oben anlegen dazu vielleicht kurz in der anleitung steht linke mittlere rechte lane das liegt daran dass man das spielbrett normalerweise hochkant nimmt das machen wir jetzt hier nicht weil es für die kamera besser sichtbar ist wenn man es quasi so ausbreitet genau so die idee gut dann beginnt roman mit einer karte für uns zu legen ich würde diesen hier spielen den grabräuber erhalte münzen in der höhe des stärkewerts einer deiner karten dann drehe sie um das heißt ich drehe sie um blub und ich erhalte jetzt zwei münzen und darf die jetzt eben schon aus dem raubritter vorrat nehmen und ich nehme einfach mal die hier und die hier das geht dann in unserem vorrat rein das ist eine gute frage ich habe da verschiedene möglichkeiten aber das ist halt schwierig ich spiele einfach mal hier diese berserkerin das heißt die karten also in der wertungsphase die karten seines gegners in dieser lane erhalten minus eines stärke so und jetzt bin ich dran und jetzt geht es auch wieder quasi abwechselnd jetzt spielen wir die hauptritter genau jetzt hätten die raubritter ihre einkommensphase es gibt ja aber nicht wie im grundspiel immer drei extra sondern hier ist es jetzt wirklich so dass wenn sie keine karten haben wo einkommen drauf steht bekommen sie hat nichts genau richtig zusätzlich gilt hier nicht diese regelung wer bespielt welche lane sondern die raubritter legen grundsätzlich da an wo am wenigsten karten liegen von ihren raubrittern genau das heißt jetzt am anfang habe ich relativ einfach ja ich könnte hier anlegen wo ich war genau und wenn ich jetzt an der karte gelegt habe dann darf an die nur noch bei den anderen beiden lanes hinlegen ja also gleichstand zählt natürlich auch als bei gleichstand darf ich mir aussuchen ansonsten muss ich da eben anlegen wo die wenigsten sind und ich lege jetzt diese karte hier den pestarzt alle verdeckten karten auf beiden seiten haben drei stärke ok ich lege hier den blutpriester dein gegner muss eine seiner karten in dieser lane zu stören ja gut ich habe keine karten also ist das halt so genau so dann bewege ich jetzt hier da muss ich hinlegen genau bewege eine deine anderen karten in eine andere lane auf deiner seite dann noch mal das heißt du kannst zwei karten von die von den raubrittern jetzt in eine andere lane legen genau oder ich reihe nach genau oder ich lege sie einfach bewege sie so und bewegt dann noch mal das heißt ich kann auch einfach eine liegen lassen richtig und ich glaube dazu würde ich mich entscheiden ja also ich bewege den da hin und dann wieder zurück ich bin auch noch nicht ganz sicher wie es ist also ich habe ja die hier noch sehe ich jetzt mal hier hin muss mal gucken was man damit machen lassen also das ist hier diese passive effekt da zielt ein effekt auf diese lane drehe diese karte um das werden wir schon irgendwie organisieren gewonnen hat noch niemand irgendwas genau jetzt kommen wieder die wertungsphase wertungsphase hier natürlich auch wie im grundspiel erst wenn irgendwo vier karten liegen beziehungsweise wenn irgendein effekt dabei ist entweder mehr gegebenenfalls weniger aber haben wir nicht in diesem fall das ist aber alles nicht so richtig toll ja ja das ist gar nicht so simpel manchmal je nachdem was kann man bekommt ich lege den hypnotiseur hierhin das bedeutet drehe eine aufgedeckte karte auf jeder seite dieser lane um dann tausche die karten aus tschuldigung immer diese telekom hotline so also aufgedeckt umdrehen und dann austauschen hier liegen es liegen nur diese beiden aufgedeckt das heißt ich drehe beide um und switche sie auf jede seite ja dann tauschen die karten aus ja das mache ich da am dümmsten das ist alles beschissen ich leg jetzt die dahin okay dann sind jetzt die raubritter dran und ich darf mir aus suchen ob hier oder hier so oder so läuft jetzt gerade in dieser runde zumindest nicht so gut die karten sind ja ich spiele die geisterjägerin und zerstöre eine verdeckte karte in dieser lane die spiele ich hier eine verdeckte karte eine deswegen kann ich hier diese zerstören hypnotiseur ist dort sagen wir natürlich hier vier ja aber halt auch eine karte weniger die die raubritter eben zur wertungsphase bringen ja das problem ist ich habe jetzt auch noch zwei karten und muss jetzt gucken was ich mache weil da dürfte ich jetzt hinlegen und da dürfte ich hinlegen beides würde dir wahrscheinlich nicht gefallen das ding ist man weiß halt nicht was der andere koop spieler mit dem man zusammenspielt was der so auf der hand hat ich spiele ich die hier hin erhalte münzen der stärkewert einer deiner karten dazu störe sie die zwei zerstören wir und er kriegt dann zwei münzen er kriegt dann dafür zwei münzen auf diese lane und ich kann mir jetzt aussuchen ob hier oder hier die sache ist die jetzt mal kurz gucken was meine hier so tolles haben also im moment sind die gar nichts wert, wir müssen die umdrehen es ist schwierig aber ich muss leider drehe eine karte deines gegners um und bewege sie in diese lane ich drehe die um und die muss ich nicht bewegen weil sie sich schon in dieser lane befindet 5 zu 5 ne wieso 6 zu 5 achso 6 zu 5 hier sind es 5 zu 5 aber das ist auch Mist aber ich muss die hier rein spielen 5 zu 6 das Schlimme ist das sind zwei münzen ok 5 zu 6 das Schlimme ist eine Sache es wird noch mehr weil ich muss eine zerstören nämlich die schwächste hm ja geht es dann hier raus? ja gell? ne da einfach nur achso nur zerstören zerstören ja huu ok knackig 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 achso erhalte plus zwei stärke für jeden deiner verdeckten karten in dieser lane ok ist ja dann noch doppelzucker gar nicht schlecht aber das heißt also die lane ist relativ sicher erst mal erst mal je nachdem was noch so für karten kommen weil die raubritter sind ja jetzt auch umtriebig gut das ist richtig das ist natürlich auch gut ok da kann man viel mit gewinnen gut ich spiele ich spiele die hier hin so ich spiele die hier hin die macht erstmal nichts wenn es zerstört werden sollte nehmt sie auch hier eine Münze weg ok gut so jetzt sind die raubritter dran ich habe hier wieder freie Auswahl genau und ähm ich spiele den die hier ist halt auch ich muss weil ich habe die hoffnung dass ich die dann anders packe ich spiele den hochstapler tausche diese karte mit einer des gegners und dann werde ich diese hier nehmen dann mache ich zwar plus eins aber der effekt bleibt halt erhalten mit dem plus drei wie viel haben wir da jetzt gerade ähm wir haben jetzt hier das sind acht da ist keine münze und hier haben wir eins, zwei und fünf und neun und elf aber du kannst ja sowieso erstmal nur hier leider anlegen das schon aber das hat ja keinen anpass auf die effekte die ich machen kann ach so hm ja das ist nicht ohne oder wie die amerikaner sagen not without das macht ja keinen unterschied weil das ja hm doch das macht einen unterschied hm 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 ich spiele hm hier die da 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 drehe eine deiner karten um dann tausche sie mit einer karte deines gegners ist ich drehe die um und tausche sie mit der da ok steht ja nicht da das in derselben lane sein muss richtig und da es kein effekt auf die lane ist gilt auch der passive effekt nicht mhm mhm so und ich muss jetzt da unten spielen und der tapsige ober oder der tap der tapsige ober genau hochklar äh der tapsige ober drehe alle deine karten in dieser lane um drehe alle karten in der lane um die das auch für ihn selber ne alle andere alle deine lande alle deine anderen genau ok ok spannend mhm so äh wie fern wir jetzt das sind 1 2 das ist drei wert durch den das heißt 5 und 9 und nochmal plus 2 sind wir bei 11 ok das heißt der hat wie viel 8 der hat 8 da haben wir jetzt da hatten wir im Moment 11 ok dann lege ich die hier hin ok ist nur eine münze da ne ok bewege eine von diesen eine karte des gegners in diese lane also in eine andere lane in jeden Fall in diese auf seiner seite so das heißt hier haben wir 7 gegen 7 das heißt hier haben wir noch gleichstand ok gut das heißt da passiert noch nichts jetzt wird es spaßig weil jetzt haben wir wahrscheinlich in der nächsten runde ganz viele lanes geschlossen und müssen die dann auch werten ja der vorteil ist wenn ich jetzt hier wenn wir jetzt noch eine karte hinbekommen die hier eine karte kaputt machen also hier einen punkt wegnehmen und wenn es nur der da ist dann ist diese lane automatisch dicht ja dann ist die ganze kürze quasi schon uns mhm am ende der dattung genau oh man das wird spannend also die gewinnen sehr wahrscheinlich diese burg mein problem ist ich kann nur hier und hier hinspielen mhm bis wir die hier geschlossen haben ja drei karten drei ich will die rauchtritte besiegen oh mein gott was ist denn das ok das ist gut wie sieht das alles noch aus da sind wir sicher ne das hat man gesagt relativ ja du bist zuerst dann mhm ich überlege ob ich gegebenenfalls hier haben wir drei, vier, fünf, sechs, sieben ja das gleich stand wir haben auch sieben also wir müssten da auf jeden fall irgendwas hinlegen mhm um zu gewinnen mhm mit den anderen beiden müssen wir nichts hinlegen um zu gewinnen das kriegen wir auch anders hin denke ich irgendwie dann lege ich doch jetzt mal die sirene da hin der gegner muss zwei karten dahin ziehen ja das dann nehmen wir doch die zwei achso ja 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 ich nehme an das mehr als fünf gehen also fünf stand ja drin ist möglich je nachdem wie es halt aussieht aber ich nehme jetzt mal an das geht ja und wenn nicht ist es auch nicht schlimm weil wir gewinnen trotzdem würde ich jetzt brauchen mhm achso dann bin ich dran drehe eine der stärksten karten deines gegners um auf diese lane auf diese lane ich habe es bewusst hier hin gespielt ja weil das andere war ja nicht mehr nötig ich kann ja eigentlich nur hier spielen ja du kannst nur hier spielen aktuell und ich danach auch und danach könnte man da wieder theoretisch hier hat man elf zu acht also wir gewinnen gerade diese und diese lane mhm das heißt hier ist es egal auch da gewinnen wir gerade aber ist egal solange du damit nicht den Rest unseres Spiels kaputt machst das ist es halt das ist es halt aber ich habe ja auch noch Karten vielleicht hilft das helfen wir uns ja dann einfach ja ich habe ja auch noch drei karten um diese lane auszulösen das hat sich irgendwie ein luftballon wo so ganz langsam die luft raus geht hmmm naja es ist eigentlich wurscht ich muss den jetzt herschwinnen wähle eine Karte aus dem Ablagstapel lege sie direkt verdeckt auf die Längen ok hm verdeckt und dann bist du dran du hast nur einen Platz wo du was hinlegen kannst das ist das dumme ja ich konnte eh nichts woanders hinlegen also wenn es besser gewesen wäre vorhin hier was anderes hinzulegen dann hätte sie das machen sollen ja was bringt das jetzt jetzt haben wir diese Lane verloren jetzt hat hier der Raubritter einen mehr aber du kannst dahin oder dahin spielen aber ich glaube nicht dass wir die gewinnen weil dann müsste man hier irgendwie das Problem bei der hätte ich die da unten gespielt wäre halt gewesen dann hätte alles was auf der Seite gespielt wird wäre auch da runter gewandert im Moment das wäre ja gut gewesen oder? ja verdammt ja was hast du denn jetzt noch für eine Karte? ich habe noch eine 1e ok eine 1e Einkommenskarte das heißt die würde jetzt eh nichts auslösen ja ne oder? die hättest du hingespielt? ne doch ne mit den 2 Karten dahin doch doch ja die hätte ich da gar nicht hinspielen dürfen weil hier noch weniger waren oder? ach ne das war ein Gleichstand das war Gleichstand also das finde ich war Quatsch der erzählst du dir hier was auf was wir in spielen sollen ja dann hätten wir quasi hier hier eher Sachen hinlegen können die besser gewesen wären hm wir hätten uns quasi drauf einigen müssen welche Lane wir schon von vornherein aufgeben aber das war jetzt erst ganz knapp kurz vor knapp ja ich habe ja vorhin schon gesagt die hier ist nicht so viel aber die 2 könnten wir gewinnen so die gewinnen wir hier gewinnen wir nicht ne was hat die für einen Effekt? 1 Einkommen tja so schnell geht's also nochmal das sind 5 9 und plus 2 Stärke sind wir bei 11 und hier haben wir 12 ach nein nein 9 eh erhalte also Moment nochmal hier gibt 3 ja plus nochmal 2 sind 5 ja plus 2 sind 7 ja plus 4 sind 11 genau ok 8 11 12 ok klar Moment das war nicht war das die letzte Karte die wir gespielt haben? ne das war die die ich da hinspielen musste also das war die letzte die jetzt dann sag das doch gleich dann spiele ich die hier hin lese mal den Effekt ja aber ich war ja vorher dran bevor du die ja aber ich bin jetzt noch dran die letzte Karte auszuspielen lese mal den Effekt achso wird eine Karte auf dieser Seite gespielt bewege diese Karte in dieselbe Lane ok ok bei dem Kooperationsmodus und auch bei dem Solo Modus ist es nicht ganz von der Anleitung klar beschrieben wann die Wertung eigentlich wirklich ausgelöst wird ähm wir haben jetzt hier ja keine klassischen runden Ablauf wo die Phase 4 die Wertung einläuft stimmt tatsächlich nicht nach dem Raubritterzug prüft man ob in einer der vier Lanes ob in einer der Lane vier oder mehr Karte auf derselben Seite ausliegen das ist der Fall wird diese Lane gewertet Münzen auf die wertigen Burgenkarte zählen dabei als Bogenstrecke bla 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 ähm das heißt tatsächlich wir haben es jetzt richtig gemacht das heißt 3 nach hm so ja der Punkt ist jetzt also nochmal hier haben wir 11 und sie haben 8 genau das heißt das hier ist unsere Burg genau zack ähm hier drin haben wir haben wir 5 9 9 und sie haben 7 4 ja genau so das heißt auch das ist unsere Burg damit haben wir auf jeden Fall schon mal gewonnen hier haben sie definitiv zu viel ja das sind 8 das sind 10 dass die Burg fällt richtig das haben wir jetzt ja aber bewusst aufgegeben weil wir brauchen ja nur 2 zu gewinnen weil wir gesehen haben wir konnten hier die 5 quasi wegtauschen und damit hatten wir hier schneller die die möglichen Karten genau nach geht das also ja also kooperationsmodus ähm ist schon spannend aus dem einfachen Grund ja wir kooperieren zwar aber wir wissen wir können uns nicht austauschen wir können nicht sagen spiel du die Karte dann kann ich da das machen beziehungsweise nur bedingt also in bestimmten Sachen wird man sich einig aber eigentlich kennen wir nicht alle unsere Möglichkeiten ähm ähm von daher ist das spannend also ich würde fast sagen es ist so ein bisschen semi kooperativ eher aber ja es ist äh ja weil eine Karte die du von deinem Kollegen bekommst kann halt wenn es dumm läuft das ganze Spiel ruinieren wäre da jetzt ein anderer Effekt zum Beispiel drauf gewesen ja oder wäre das keine Effekt Karte und ich hätte die da hinspielen müssen dann wäre diese Lail auch verloren gewesen ja also boah hey 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 und ihr seht auch da wie gesagt wir haben jetzt alle alle Erweiterungen die bisher existieren haben wir da mit reingepackt ähm inzwischen äh läuft ja auch der der Kickstarter für die für die dritte Erweiterung genau Wildwood Tales hieß es glaube ich genau ja nochmal nach aber das müsste genau der Name sein der neue ähm Wildwood Tales ähm und ich denke da werden wir dann wenn wir das äh ähm quasi so ein Prototyp oder vielleicht mal in die Hände bekommen oder spätestens dann wenn es halt raus ist ähm auch noch mal zeigen wie das ganze damit funktioniert genau ähm natürlich auch abhängig davon ob jetzt quasi in Anführungszeichen wie bei Ragnarok oder auch ähm die andere Seite jetzt im wesentlichen dass daraus besteht dass es mehr Karten gibt ähm ähm oder andere Karten gibt ähm wie auch immer werden wir euch auf jeden Fall nochmal gerne vorstellen so schaut's aus ne weil das ist echt ein ein Spiel wo wo du halt wirklich ja für euch war es jetzt vielleicht stellenweise nicht so aufregend weil ihr unsere Gedankengänge nicht hören könnt aber die Technik ist leider noch nicht so weit dass man die Gedankengänge unten als Untertitel einblenden kann ja das funktioniert leider noch nicht aber wir sind dran vielleicht ja gut man könnte schon so hihihi oberen legt die Karte scheiße ja haben wir verloren Anni denkt sich Anni denkt sich waaaaat wie konnte das gehen ja also ich 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 kann euch nach wie vor auch noch diese Sammelbox nur ans Herz legen ähm wir könnten ja mal so eine kommentierte Auflage eines Videos machen einfach mal um zu gucken wie, wie er darauf reagiert Gott, wie sitze ich denn da? Jetzt seufzt er schon wieder. Mensch, stell die Erdnussflips weg! Das denke ich mir tatsächlich sehr oft. Okay. Ich sortiere, wenn ihr euch hier rundert, was macht der Typ da gerade überhaupt? Ne, ich sortiere nur nach den Expansion Packs. Aus dem einfachen Grund, dass man einfacher sich entscheiden kann, hey, spiele ich jetzt mit allen, nehme ich jetzt nur das eine dazu oder das andere. Ist übrigens ganz praktisch, weil die Karten, die sind ja alle zusammen quasi dann in der Schachtel drin. Klar, man hat zwar Fächer, aber man kann die auch einfach als einen großen Stapel nehmen und einfach hier diese Abtrennkarten. Also da hat jedes Expansion Pack quasi seine eigene Deckkarte. Und so kriegt man die quasi schön flups. Das ist Grundspiel, genau. So kriegt man die wunderschön gestapelt. Gut. Wolltest du noch was zu den... Ach so richtig, ja. Wir hatten auch bei der Solo-Variante, beziehungsweise nicht bei der Solo-Solo-Variante, sondern bei der 1 gegen 1-Variante vergessen zu erwähnen. Das reiche ich jetzt hiermit nach, weil wir im Prinzip das Ganze in so einer Art kleine Serie oder kleine Reihe produzieren. Naja, wir stehen aus zwei Teilen. Zumindest erstmal geplant. Ähm, diese Burgenkarten. Es gibt auch noch Burgenkarten, die haben dann hinten drauf bestimmte Sonderbedingungen für die jeweilige Lane oder für das Gesamtspiel. Das heißt zum Beispiel, diese hier, sagt, nachdem diese Lane gewertet wurde, werden alle verdeckten Karten in anderen Lanes umgedreht. Das heißt auch, da werden auf einmal ganz viele Effekte plötzlich wieder, naja, nachgeholt und nochmal gemacht. Und ihr wisst ja, es gibt Effekte, die können Karten vernichten, es gibt Effekte, die können Karten verschieben und was weiß ich. Das kann zu einem ziemlichen Kauterwedge führen, wenn das nicht gezielt gemacht wird. Also das ist sehr spannend und macht nochmal so einen gewissen Twist rein. Hier gibt es noch so Geschichten mit dem, nach dem Ausbezahlen des Gegners. Wenn man das gemacht hat, dann kriegt man eine Münze. So Sachen. Oder auch Einkommensphasengeschichten. Das heißt, falls dies eine eigene Einkommensphase ist, drehe eine deiner Karten in dieser Lane um. Das heißt, solche Sachen bekommt man dann noch dazu. Unter Umständen, je nachdem, welche Burg die gerade aktiv ist. Richtig. Gut. Also. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wir freuen uns drauf euch beim nächsten Video wiederzusehen. Und wie gesagt, der Link zu der Kickstarter Kampagne kommt unten in die Beschreibung rein. Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht und wir sagen Tschüss und bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.